Bei der unbeschlagenen Reitpferdeprüfung dieses Jahr, dreijährig ist er, der fuhr als Favorit nach Waredorf und wurde dann souveräner Bundeschampion 2007 bei dem dreijährigen Hengst. Er war der höchst bewertete Champion aller vier Reitpferdeklassen. Für seinen optimalen, losgelassenen Umreitungsstück bekam er in beiden Prüfungen die Traumquote 10 und es folgten Gebäude neu, Gesamteindruck 9,5, Galopp 9,5, Trapp 9,5, Endnote 9,5 und hier kommt er, der Bundeschampion der dreijährigen Hengste, aus der Zucht und im Sitz von Axel Winter hier in Fernwalle unter Anna-Sophie. Viel Willkommen, Benton Dream, bitteschön. Wie war die Bundeschampion gemacht, sogar im Galopp eine 10,0 und im Trapp eine 10,0 kam dazu. Und da ist schon eine derzeit bedeutendsten Blutlinien, was Ressort handelt. Neben dem Präsidenten Manfred Schäfer betritt die Bahn der Zuchtleiter und Geschäftsführer Dr. Werner Schal. Sie gratulieren unserer Anna natürlich zu diesem tollen Erfolg und verbinden damit auch die Glückwünsche an den Züchter Axel Windlein. Applaus Wunderschöne 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 Untertitelung des ZDF, 2020